Das alte Archivsystem war bei uns im Hause abzulösen. Wir hatten im Auswahlprozess Sapirion als kompetenten, flexiblen und mit internationalen Referenzen versehenen Partner kennengelernt und haben dort auch die Zusammenarbeit für die weitere Zukunft gesehen. Wir haben unser bisheriges Archivsystem im kompletten Unternehmen eingesetzt und nutzen Sapirion derzeit auch. Verstärkt haben wir die Anbindung an andere Systeme wie SAP forciert und haben gerade den Migrationsprozess seit 2009 abgeschlossen. Da wir derzeit auf einer älteren Version des Sapirion-Systems beharren, haben wir natürlich den Blick auf die neue Version 7.1, auch in Bezug auf Projekte, die in der Pipeline stehen. Das heißt, bessere Anbindung des Außendienstes, verstärkter Einsatz des Sapirion-Clients für die Benutzer im Unternehmen, um somit die Akzeptanz im Hause noch mehr zu stärken, als es jetzt schon ist.